Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizm.TV. Mein Name ist der Sebastian. Heute wieder Zeit für realer Irrsinn. Folgen ausgesucht und gewünscht von Ndele auf Pizm.TV. Vielen lieben Dank, Kassel. Dankeschön, Ndele. Das ist übrigens meine Indoor-Brille. Und wir beginnen mit so einer... Na, ist Business jetzt hier. Hast du jetzt auch so eine Indoor-Brille damit gemacht? Ja, jetzt ist Business so hier. Hast du auch so einen geilen Rollkragenpulli jetzt? Der komplett schwarze ist und richtig eng? Nicht? Noch nicht, okay. Den kommt noch... Den habe ich bestellt. Von meinem passiven Einkommen. Geil. Hier werden noch ein paar Insider um sich geworfen, bevor wir loslegen. Das ist allgemeinwissend. Ja, Bram redet mich einfach. Ich bin in der Gruppe jetzt. Okay. Alter. Bayern steht nachhaltig unter Strom. Und über so viel positive Energie freut sich auch... Alter, wie ist das denn da hingebaut worden mit Magus? Für den Solarparkbetreiber ist der Energiewandel Alltag. Zum Beispiel auf dieser 5 Hektar großen Anlage. Ach, wat schön. Na, wie fließt's denn so? Gar nicht. Das ist bestimmt nicht angeschlossen. Die Anlage läuft jetzt. Wobei das bei der Bewölkung, die wir jetzt heute haben, auch kein Wunder ist. Aber praller Sonnenschein wäre Ihnen doch bestimmt noch lieber, oder? Würde hier heute die Sonne scheinen, würde die Anlage zu 100% durch den Netzbetreiber abgeregelt. Also zu 100% abgeschaltet. 170 Mal in 2022. Denn wenn die Sonne scheint, wird es im nahegelegenen Umspannwerk immer etwas spannend. Ach so, da ist dann zu viel? Der Strom aus der ganzen Reaktion gesammelt. Und im Fall, dass mehr eingespeist als verbraucht wird, müsste der Strom in dieser Richtung auf der Trasse Richtung Nürnberg weg. Und die Trasse ist seit Jahren zu dünn. Mit dickem Problem. Die Energie kann nicht abtransportiert werden. Tja, eben nicht alle Wege führen nach Strom. Und dann wird das nachhaltige Zeug irgendwie mächtig. Außer, es gäbe einen nachhaltigen Energiespeicher. Alter, guck dir mal die Dächer an, wie viel... Ich bin entzündet. Also wie viel Dächer da so labert. Genauso einen entwickelt hat. Der funktioniert wie der Speicher einer Pflanze. Mit Flüssigkeit. Moment, 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 Moment. Das Kabel da links sieht mir aber ganz schön auf Spannung aus, weil er angesteckt war. Moment, das muss super sein. Wenn ein Trinkenkabel ist, dann geht der Strom nicht so gut durch. Wobei, nee, das ist so eine feste Kurve, glaube ich. Das ist nicht das Kabel. Alles gut. ... einer Pflanze mit Flüssigkeit. Ganz ohne Lithium und andere Metalle. Die Suche nach nicht metallbasierten Speichertechnologien ist sowas wie der heilige Gral der Energiewende. Und weil Herr Geigle seine nicht metallbasierte Speichertechnologie bald in Serie produzieren will, hat er beim Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung beantragt. Und das unterstützt seine innovative Idee natürlich tatkräftig mit. Nichts. Gut, dass es zumindest mit dem Ausbau der Trasse für Herrn Bichlers Solarstrom rucki-zucki vorangeht. Aha. Die Dimension des Netzausbaus mit der Beschränktheit und Begrenztheit von Fachkräften, von zunehmend Material und auch von Finanzen führt in Summe dazu, dass dieser Ausbau eben in der Dimension, wie wir ihn derzeit erachten, um die zehn Jahre dauert. Der hat gerade seine Mitarbeiter beschränkt genannt. Die Beschränktheit meiner Mitarbeiter. Also der Mitarbeiter, hallo. Zehn Jahre. Bis auch bei Sonnenschein nachhaltige Sonnenenergie fließt, Bayern. Ist das traurig. Eben einfach eine Trasse für sich. Ist das traurig. Da hat man schon so ein schönes Ding dahingestellt. Und dann kannst du mit dem Strom nichts anfangen. Das ist ja echt belastend. Scheiße. Aber das finde ich, das ist so eins dieser realer E-Sinn-Videos, das prangert so eher so den allen selbstbekannten Missstand nochmal an. Ja. Du hast halt das Geld bekommen, dann setzt du ja die Solarpanel hin und dann fällt dir auf, dass der Rest halt fehlt. So, wow. Das ist halt so ein bisschen, also einer der Kommentare da drunter ist so, was ich nicht verstanden habe, bevor eine Anlage errichtet wird, muss man doch eine Netzverträglichkeitsprüfung machen, mit der geklärt wird, ob das Stromnetz die geplante Anlage überhaupt bedienen kann. Wie ist das denn hier gelaufen? Aber das ist ja gar nicht immer so. Es gibt ja zum Beispiel jemand, ein YouTuber, der sich selbst einen Stromanschluss zu Hause hat installieren lassen in sein Haus. Der hat mir gesagt, dass bei sich auf der Straße mehrere haben gemacht und wenn die alle ihr Auto anstellen, dann geht der Strom aus. Die haben einfach die Dinger da hingestellt. Da hat keiner geguckt, ob das Kabel im Boden, was da schon lag, die Last überhaupt halten kann. Ah, okay. Und dann wird sich jetzt abgesprochen. Das ist ja 10 von 10 nicht so gut. Also deswegen, das ist, ich könnte mir halt vorstellen, dass da dran liegt, dass da wieder 3000 verschiedene Verantwortlichkeitslevels da sind. Weißt du, so, das Kabel im Boden ist dann irgendwie vom Bund, die Straße gehört aber der Stadt. Und bis die mal kommuniziert haben mit dann dem einzelnen Anwohner und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, in Deutschland alles ganz schön suboptimal geregelt. Ja, das ist vor allem, weil das Kabel ja wahrscheinlich schon länger da liegt. Also je nachdem, wo du wohnst, ist halt wahrscheinlich das Kabel auch von 1950. Wahrscheinlich, ja. Das eine Hauszeit ist von 2019, das andere von 1970. Und da sind einfach acht Behörden wieder zuständig. Das stimmt wahrscheinlich. Wir haben jetzt hier, Bram, wir kommen hier schön nach Berlin. Fahrradtresen in Berlin. Jetzt bin ich gespannt. Also, was ist denn ein Fahrradtresen? Weiß ich auch nicht. Ist das so ein, da kannst du dir ein Bier bestellen oder so? Drive-in für Bier mit dem Fahrrad. Hey, ihr crazy Radfahrer-People in Berlin. Damit ihr es voll nice habt in the hood, hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg coolen Stuff am Start. Hier. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja, weiß ich nicht. Ja, eine Skulptur. Das ist eine Stange, da in der Bank. Also, ich würde mal sagen, Fahrradständer mit Tablett obendran. Genau. Und da ist ja auch Herr Kraus in the House vom Bund der Steuerzahler. Ja, auch er ist mega hyped. So, und das ist jetzt der Kreuzberger Fahrradtresen. Und der hinterlässt mich völlig ratlos. Ich weiß überhaupt nicht, was das dem Radverkehr dienen soll. Safe, Digga. Das hier ist ein fancy Fahrradtresen. Und alle fahren voll drauf ab. Das Bezirksamt hat eben nicht nur hippie Ideen, sondern auch krass den Check und mailt. Die Idee hinter dem Fahrradtresen ist Ride, Stop, Drink, Work, Relax. Was? 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 Alter, das ist wieder so ein Ding. Ich stelle mir wirklich vor, wie die sich so im Bezirksamt saßen. Da kam der dann auch mit auf die Idee und hat der Erste so gelacht. So, was für ein Schwasser. Da hat der Chef so gesagt, ganz ehrlich, Herr Müller, ich finde das eine gute Idee. Und dann ist der Erste so aufgestanden. Langsames Klatschen. Der Sala hebt sich. Wooo! Nice, Jungs! Und da haben die sich auf die Schulter geklopft, weil die so krass und hip sind. Was denkt ihr, wie lange wird das gedauert haben? Wie viele Tage wird das, Stunden wird das gedauert haben, bis das beschmiert worden ist? Einmal bis dunkel ist. Nicht mal so lange. Während der Aufbau. Während der Aufbau. Genau. Das ist wahrscheinlich drei Tage alt oder so. Das sieht aus wie von, weiß ich nicht was. Aber das ist doch bestimmt so ein Pilotprojekt. Und der, also, Absteigen ist scheinbar für die Leute keine Lösung, die sich das ausgedacht haben. Aber erst mal einen trinken dort und dann mit dem Fahrrad weiterfahren ist aber auch richtig smart. Du kannst da ja auch essen. Immerhin haben sie darauf ge... Also, das ist ja nicht an einem Spielplatz oder so. Oder? Noch nicht. Was ist denn da rechts daneben eigentlich? Diese Platten, die da sind. Da kannst du dich hin... Da ist Sonnenbad. Da kannst du dich hinlegen. Ich weiß ja auch nicht, was da ist. Ich würde sagen, das ist der Spielplatz in Friedrichshain. Das ist der Drogen. Oralienstraße. Oh, der kenne ich da woher. Die Oralienstraße kenne ich da. Da ein bisschen weiter links ist es eine Shisha-Wer. Oh, warst du auch schon beim Fahrrad-Tresen? Ich bin da schon dran vorbeigefahren. Jetzt, wo ich den sehe, bin ich da schon dran vorbeigefahren. Ach, die kenne ich, weil es in Dien-Diesburg auch gibt. In Folge. Aber ansonsten ist alles ganz easy. Was hat er da gekostet? Das Fahrrad wird als Sitzhocker am Tresen geparkt. Der Tresen kann zum Abstellen von Getränk oder Arbeitswerkzeugen genutzt werden. Wait, und da soll ich dann beim Laptop arbeiten? Ja, während du auf deinem Fahrrad sitzt. Aber Fahrradsattel sind A, total unbequem. Und was? Das ist halt auch mal nicht so anti-Christian. Ja, okay, okay, okay. Aber was? Käpt man doch. Wenn ich dir sag so, hey, hast du Bock, mich nachher am Fahrrad-Tresen zu treffen? Weißt du, dann wissen die hinten People in Kreuzberg und dann Friedrich Heinrich Eier da in der Stille an der Weidenburger. Machen wir. 14 Uhr wieder. Dann treffen wir uns. Geil. Zum gemeinsamen Coworking. Und dabei eine Mate. Und Friedrich ist eigentlich das Kreuzberg da drauf geklebt. Ja, das ist irgendwie nicht. Das ist auch wieder einfach so, das ist Berlin. Ja, die sind zusammengelegt worden mal, die Ämter. Ja, und dann hat man natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, das geschafft, gescheit darauf zu machen. Richtig. Das kommt dann zu halb. Das ist ganz scheiße. Also Friedrich ist halt in Ständer schon, der Rest ist dann aber, das ist, also... Ach so! Ja, pass auf, Jay, du glaubst jetzt, das wäre da rechts drauf gemalt, aber das ist gar nicht, das ist da so reingeritzt in den Blauen. Ja, klar. Ich habe den Lack einfach abgerissen. Wieso in der Gefängniszelle, wo man den Tag zählt. Ja, genau. I love you. Steht da übrigens. Also wenn ich mich wirklich mit Menschen unterhalten möchte, dann steige ich schon auch ab, glaube ich, vom Rad. What? Hier kann man nice Sattelfeste feiern. Oder wie das Bezirksamt would say, Saddle-Party. Was hat das denn jetzt gekostet? Immerhin passen ganze drei Räder bequem an den Tresen und mit ein bisschen Geschick ist es hier super cozy. Ich bin gern dafür, dass es mehr Fahrrad-Infrastruktur gibt, aber sowas muss jetzt nicht um mich. Also ist jetzt nicht das Erste, was ich brauche, so. Fehlt dann vielleicht noch so ein Ausschank oder irgendwie. Dann kann man hier noch ein Fass installieren oder sowas. Genau ein Fass. Aber er ist auch abgestiegen. Ja, hattet ihr überhaupt ein Fahrrad? Ja, dann stand da links. Ja, okay. Kreuzberg ist schließlich flüssig. Der Fahrradtresen mit den ganzen Arbeiten drumherum hat 8300 Euro gekostet. Fünftisch! Fünftisch! Mit 8000 Euro würde ich einen Laden aufmachen. Ich fände so an Apeln, so Fußtreter, finde ich irgendwie besser als eine Bar. Lieber glatte Fahrradwege. Also da vermisse ich dann eher noch so ein paar Bänke und ein paar Bäume. Kann man auch anders anlegen. Ist ja wohl ein Gaffer, ne? Würde ich sagen. Aber Berlin ist ja sexy. As hell! Also lasst dem Tresen doch gerne ein Bike da. Hier in Berlin Cross Hill. Machen wir uns nichts vor. Extra 3 auf YouTube. Alter! Oh Mann! Ja, Berlin ist schön. Berlin ist anders halt einfach. Anders, ja. That is it. Ach, Berlin hat es aber auch, Leute. Schlechter, muss man leider auch sagen. Berlin schwimmt im Geld, die können sich soweit erlauben. Nein, das ist ja immer ein Motto. Berlin ist arm, dreckig, aber sexy. Wobei, meinst du... Ich muss mal sagen, ich habe mit mehr gerechnet als 8000 Euro, bin ich ehrlich. Ja, aber Alter, dafür, dass die einen Tisch da aufstellen, also come on. Ja, aber das ist auch immer noch irgendwas von der Stadt vergeben. Ja, ich dachte, allein die Planung würde 17.000 kosten. Ja, aber müssen nicht Städte und Länder immer die Aufträge an den günstigsten Anbieter vergeben? Also, ja, aber das war der... Christian, kennst du irgendjemand auf diesem Planeten, der so ein Ding baut? Ich nicht. Also, es gab einen und der war der günstigste. Also, ich glaube, vielleicht war da noch einfach so ein Projekt, wo man sich gedacht hat, wir müssen noch ein bisschen Geld verschwenden, damit wir nächstes Jahr wieder die gleichen Gelder bekommen. Das kann gut sein. Ansonsten wirklich, ich glaube, wenn da draußen irgendwie so ein Schmied ist oder ein Handwerker, der jetzt schafft, so Sonderanfertigungen zu machen, ihr solltet euch vielleicht mal wirklich bei öffentlichen Aufträgen umgucken, wenn die ausgeschrieben werden und da bewirbt sich sonst keine Sau drauf, weil das keiner kann. Ich frage mich mittlerweile auch, ob dieses System, du hast letztes Jahr, keine Ahnung, 10 Millionen Euro gehabt und hast die nicht ganz ausgegeben, also kriegst du jetzt weniger. Irgendwie finde ich das bisher immer nur doof, weil da wird dann immer nur noch Schmuh mitgemacht. Aber es wird auch Geld ausgegeben. Das stimmt, aber das ist ja immer wieder, dass dann irgendwie, oh, wir müssen noch irgendwie so und so viel Geld ausgeben. Überlegt euch mal was. Also, das ist doch eigentlich nicht so ein Zweck der Sache. Man hört ja nur die Negativbeispiele. Habt Trust in unsere Verwaltung, Christian. Nein. Internationaler Biomüll-Tourismus sehen wir uns jetzt noch zu guter Letzt. Ah, das habe ich auch mal gemacht. Das fand ich auch schön. Okay. Das ist Biomüll aus dem Landkreis Ravensburg. Wenn der eingesammelt wird, hat er noch einen weiten Weg vor sich, denn er wird nicht in Ravensburg verwertet. Das ist ziemlich kurios. Achso, du wolltest nur sagen, da waren wir auch. Ja, im Ravensburger Spieleland, weißt du noch? Ja, war mega geil. Der Biomüll. Was? Was? Moment, Moment, Moment. Das ist ziemlich kurios. Der Biomüll aus dem Landkreis Ravensburg wird nach Österreich in das Bundesland Vorarlberg nach Lustenau gebracht. Das ist eine Entfernung von etwa 50 Kilometern von hier. Für die rund 10.000 Tonnen deutschen Biomüll aus dem Landkreis Ravensburg sind pro Jahr rund 800 Fahrten nötig, um ihn über die Grenze nach Vorarlberg in Österreich zu bringen. Hin und rück sind es 100 Kilometer. Deutsch-Österreich-Freundschaft-Neue. Bei der Firma Lohacker wird aus deutschem Biomüll österreichisches Biogas gemacht. Wir sind aufgrund der Vorschriften gezwungen, diese Leistung europaweit auszuschreiben. Es gibt Anbieter, es gibt einen Gewinner. Und je nachdem, wo der halt regional herkommt, können solche Situationen entstehen. Das sollte es nicht geben, eigentlich. Das ist schlimm, aber... Das heißt, der Dude aus Lutzenau in Österreich da, der hat ein Angebot gemacht, wo er ja seine Fahrtkosten mit drin hat, was billiger war als ein regionaler Anbieter, der nicht so weit fahren müsste. Der hat ein Angebot gemacht, was du nicht ablehnen kannst. Ja, aber dann stellt sich ja die Frage, ist der regionale Anbieter einfach nur ein gieriger Hund gewesen? Ja, oder der andere... Wer ist die nächste Biogasanlage auch weiter weg? Keine Ahnung. Oder in Österreich müssen die ihre LKW-Fahrer nicht so gut bezahlen. Ravensburg. In der Nähe suchen Biogasanlage. Jetzt ist die Abtiepsmiete so unterwegs. Die deckt jetzt hier auf. In der Nähe suchen. So, Biogasanlage. AWB am Zellerwerk für Biogas GmbH. Ja, die hat den Zustand nur nicht bekommen. 24 Minuten entfernt, das sind... Wahrscheinlich weniger als 50 Kilometer. Äh, Startpunkt ausführen. Warte mal, Ravensburg. 15 Minuten beim Auto sind 13,4 Kilometer. Die wollten wohl... Die haben ein Scheißangebot gemacht scheinbar. Ja, offensichtlich. 30 Cent mehr. Heute nicht schlimm. Es ist alles irgendwo. Gaga, sage ich. Alles. Ich denke, es ist unser Müll. Das soll auch hier bleiben. Und entsorgt werden. Die werden die Scheißes verreicher gehen. Mein Bild. Da bräuchte man ja auch eine Entsorgungsmöglichkeit. Ach, die gibt's. Mitten im Landkreis Ravensburg in Amtsburg ist hier seit vielen Jahren eine Firma tätig, die den Biomüll verarbeitet, aber eben bei der damaligen Ausschreibung nicht das günstigste Angebot gemacht hatte. Ich hab bei dem echt das Gefühl, dass der das mitnimmt. Der kann abends nicht schlafen. Der Scheiß ist echt so ein bisschen aufgebracht. Der kommt immer von Bares zu Rares, da muss sich ja noch darum kümmern. Das ist nicht der Lichter. Ja, ich weiß. Ami wird das günstigste Angebot gemacht. Allerdings nicht für den Ravensburger Biomüll, sondern für den Biomüll aus Vorarlberg. Oh nein. Wait, was? Das ist wirklich ein Stück aus dem Tollhaus und wird der gesamte Biomüll aus Vorarlberg, das sind 18.000 Tonnen, soll hier in unseren Landkreis gebracht werden, um dort verarbeitet zu werden. Ab 2024 gibt es jährlich 1.440 Fahrten für österreichischen Biomüll nach Deutschland. Bitte was? Das ist 100 Tonnen CO2-frei. Vielleicht begegnen sich die Lkw sogar, denn der deutsche Biomüll wird weiterhin nach Österreich transportiert. So entsteht ein kleiner Müllgrenzverkehr. Das ist nicht der scheiß Ernst. Entschuldigung, ich kann nicht mit dem Biomüll da 100 Kilometer mal dumm saßen, wenn da die Entsorgung viel näher ist. Ich habe gar nichts verstanden. Das muss man da abstellen können. Findet auch das Amtsheller Werk für Biogas. Dafür spricht sowohl die Ökonomie als auch die Ökologie. Dagegen sprechen formaljuristische Fragestellungen. Ja, wahrscheinlich ist das genau der Punkt. Heißt, obwohl es sehr viel Sinn ergeben würde, Müll nicht hin und her zu schicken, wird Müll weiter hin und her geschickt. Steht ja so in den Verträgen. Wo könnte der Biomüll denn sonst noch hin? Eine Idee aus Österreich. Aber könnten sich die beiden Unternehmen nicht einfach darauf einigen, zumindest, weil das eine hatte nur 10 Tonnen, das andere 8, zumindest 10 Tonnen zu tauschen? Ist so auf halber Strecke, ne? Ne, das geht gar nicht. Nein, ich meine, wenn man sagt, pass auf die 10 Tonnen von unten, die holst du einfach ab, da holst du hier 10 Tonnen an, dann müssen wir nur noch die 8 Tonnen hin und her schippen. Ja, aber das sind Verträge, Brammen. Ja, ich weiß, da machen die beiden Unternehmer, vielleicht hören die beiden Unternehmer ja ganz zu. Ja, aber die Fahrtkosten sind doch schon eingerechnet. Ja, und? Aber du kannst doch die Verträge, die Unternehmer können doch untereinander nochmal einen Vertrag machen. Ja, das ist ja viel zu kompliziert. Versuch ja, nur gewinnst du Maximus. Und eine Idee aus Deutschland? Die gehen Sorgen direkt bei mir auf dem Kompost, also. Eine grenzüberschreitende Lösung, für die man keine Grenze überschreiten muss. Ja, das ist ja der Shit. Und das sind halt nicht nur so Einzelfälle, ne? Was? Gibt ja noch mehr so juristische Scheiße, die halt total gaga ist. Und dann so viel Tonnen CO2 halt erfinden. Ich find's, ehrlicherweise, das ist eines der besten Beispiele für realer Irrsinn, diese Folge, die wir gerade geguckt haben. Das ist einfach 10 von 10 realer Irrsinn. Das ist krass. Aber gut, gute Folgen. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Vielen lieben Dank, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns gelacht und verzweifelt. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.